Stefan Kohn ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er spielte in der Fußball-Bundesliga ab 1985 als Stürmer für Bayer 04 Leverkusen, Hannover 96, den VfL Bochum, Werder Bremen, den 1. FC Köln und den FC Schalke 04. 1999 beendete er bei der SG Wattenscheid 09 seine Laufbahn als Fußballprofi. Seine größten Erfolge waren der Gewinn des Europapokals, der Pokalsieger 1992 und der Deutschen Meisterschaft 1993 jeweils mit Werder Bremen. Kein anderer Spieler wurde in der Geschichte der Bundesliga so häufig eingewechselt wie Stefan Kohn. 91 Mal wurde er als Joker gebracht. Mit dabei 13 erzielten Treffern liegt er in der Rangliste der Joker-Torschützen auf Platz 4. Im Jahr 1986 erzielte er als Spieler von Arminia Bielefeld das Tor des Jahres. Statistik Erste Bundesliga 244 Spiele, 59 Tore. Zweite Bundesliga 36 Spiele, 14 Tore. Erfolge 1992 Europapokal der Pokalsieger. 1993 Deutscher Meister.